Wie ist die Scheibenreinigung am Roll-in? Gerade in einem Lebensmittelbetrieb ist natürlich die Hygiene ein höchstes Gebot. Wir haben uns natürlich auch darum Gedanken gemacht, wie wir Ihnen die Arbeit so leicht und bequem wie möglich machen können. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie die Scheibenreinigung spielend leicht bewältigen können. Zum Reinigen der Scheiben, insbesondere in der Innenseite der Scheibe, Sie öffnen einfach hier die Rändelschraube. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, wirklich von allen Seiten die Scheiben sauber zu bekommen und genauso wieder schließen. Achten Sie darauf, dass die beiden Plastikscheiben immer dabei sind, damit wir Glas auf Metall nicht zu sehr beanspruchen und nur mit zwei Fingern festziehen und damit ist auch die Reinigung ziemlich leicht von der Hand gegangen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020